Hallo zusammen, ich bin heute hier mit Anna Kaiser von Tandemploy. Und Anna, du bist Impulsgeberin beim 3C Day und ich würde dich bitten, stell dich doch mal unseren Teilnehmern kurz vor. Hallo, ich bin die Anna, Gründerin und Geschäftsführerin von Tandemploy. Und genau, freue mich auf euch. Okay, ja, dann du wirst uns beim 3C Day einen Impuls halten, atmen, aufbrechen, leben. Die 40-Stunden-Woche ist tot, lang lebe das Job-Sharing. Was erwartet uns da? Also wir werden zusammen, hoffe ich, ich will nämlich nicht nur einen frontalen Impuls geben, sondern zusammen in das Thema eintauchen, wenn es darum geht, anders zu arbeiten. Ich teile mir seit vier Jahren meinen Job als Geschäftsführerin mit meiner Tandempartnerin Jana. Und ich werde euch auch ganz viel aus meinem Alltag erzählen, warum ich das so liebe und nie mehr anders arbeiten will. Aber drumherum kann ich euch gerne auch noch zu unserer Firma erzählen, wie wir und unsere Leute hier, unser Team, sich ihre Jobs einteilen, wie wir hier flexibel arbeiten, wie wir die 40-Stunden-Woche abgeschafft haben. Und seitdem wirklich total happy damit sind, weil wir überhaupt nicht mehr an Stellen denken, sondern nur noch in Bereichen und uns so anders aufgestellt und organisiert haben. Und gerne gebe ich euch einfach auch noch einen Einblick, was wir aber auch mit unseren Kunden machen, mit den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten und was sich generell so in den letzten vier Jahren, seitdem es uns gibt, verändert hat. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da im Anschluss auch noch im Open Space die Diskussion, der Austausch da noch weitergeht. Ja, super. Ja, ich freue mich drauf. Super, ich mich auch. Das war jetzt kurz und knackig, aber ich würde sagen, wir reden dann einfach weiter beim 3CD. Ich freue mich. Perfekt. Danke. Tschüss. Ciao.